Der Fußballspieler Christoph Metzelder hat Kinderpornos verkauft. Er wurde dafür zu einer Gefängnisstrafe von 10 Monaten auf Bewährung verurteilt. Ich denke, wir sind uns alle einig, dass diese Strafe viel, viel zu mild ausgefallen ist. Ich denke, wir sind alle einig, dass diese Strafe, die Strafe, die Strafe, die Strafe, die Strafe und die Strafe.